Du interessierst dich fürs moderne Nomadentum. Vielleicht bist du auch schon Nomadin, Nomade und trotzdem geistern folgende Fragen durch deinen Kopf. Wie kann ich mutige und klare, weitere Schritte gehen, die gut zu mir und meinen Lieben passen? Wie kann ich umgehen mit inneren Blockern, die mich gefühlt in meinem Hamsterrad mit Gitterstäben halten? Was kann ich tun, um besser mit unangenehmen Gefühlen wie Ängsten, Sorgen, Zweifeln, vielleicht auch Schuldgefühlen umgehen zu können? Und wie kann ich trotz widriger Umstände Leichtigkeit, Freiheit und Glück in meinem Leben etablieren? Mein Name ist Annalike von Langendorf. Ich bin Kongressveranstalterin, Coach, Langzeitreisende und Mutter. Und ich lade dich ganz herzlich ein in meinen Workshop, den ich im Rahmen dieses Kongresses gebe. Gehe klar, stehe klar und mutig für dich ein, gehe deinen Weg. Und ich grüße dich hiermit ganz herzlich von der wilden und so schönen Insel La Gomera. Ich freue mich, dich im Kongress und im Workshop zu sehen. Viele Grüße!